Was seid ihr bloß für ein seltsames Volk? Du bist also wieder einer von diesen Messiasen. Tauchen wir hierzulande regelmäßig auf. Diese Erlöser. Alle tot. Ich habe Erfahrungen mit Totenanlösern. Und du? Man sagt mir... Du bist also der Judenkönig. Weißt du, Cäsar hat es nicht so gerne, ein anderes sich König nennen. Sag schon, bist du es oder bist du es nicht? Hey, rede mit mir! Er schweigt. Der König schweigt. Hörst du nicht, wie sie dich verklagen? Hörst du es? Yeshua! Du weißt, dass ich die Macht habe, zu eurem Fest immer einen Gefangenen freizulassen. Wem wollt ihr, dass ich euch losgebe? Barabbas Mörder. Yeshua Spinner. Ein religiöser Spinner. Mehr nicht. Aber dafür die Todesstrafe. Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe? Du hast doch nichts getan. Wofür hast du denn den Tod verdient? Er hat nichts Üblis getan. Soll ich euren König kreuzigen? Gott stein. Untertitelung des ZDF, 2020